Hallo zusammen, seit gestern sind endlich die Staking Rewards für Frax ETH bei Curve angekommen und damit ist es möglich, bis zu 20% APY auf das Staking von Ether zu bekommen. In diesem Video zeige ich, was man machen muss, um an diese super hohe APY ranzukommen. Frax ETH, das ist ja die neue Staking-Lösung von Frax Finance, die gibt es jetzt gerade mal drei Wochen und damals, als Frax ETH live ging, habe ich ein Video gemacht darüber, wie Frax ETH funktioniert, warum ich damals schon überzeugt war, dass die APY bei Frax neue Maßstäbe setzen wird. Heute gehe ich also nicht so sehr auf die Hintergründe über Frax ETH ein, sondern es soll ganz praktisch darum gehen, wie ich meine Ether bei Frax stake, also wirklich, wo bekommt man die APY und welche einzelnen Schritte muss man machen. Es geht also darum, wie man direkt in einigen wenigen Schritten den richtigen Pool findet und dort seine Einlage macht. Es ist also ein ganz praktisches Tutorial, allerdings wird die APY in den Pool, um den es geht, sicher nach und nach sinken, wie überall auch sonst beim Staking. Je mehr Leute da mitmachen, desto mehr verteilen sich die Rewards und der eigene Anteil sinkt mit der Zeit. Da ist Frax ETH auch eigentlich keine Ausnahme. Aber Frax hat durch einen cleveren spieltheoretischen Ansatz dafür gesorgt, dass wenn der Pool nach und nach voller wird, dass dann die APY an einer anderen Stelle automatisch steigt und nur, wenn man weiß, wo man nachschauen muss, kann man das so für sich auch nutzen. Es gibt also zwei Möglichkeiten, bei Frax seinen Ether zu staken. Die erste Möglichkeit besteht darin, das direkt bei Frax zu machen und darum ging es in meinem letzten Video. Und dazu packe ich auch mal einen Link in die Videobeschreibung, den könnt ihr danach sehen. Die zweite Möglichkeit geht über einen bestimmten Pool bei Curve und diese Möglichkeit hatte ich in meinem letzten Video ausgelassen. Der Pool war zwar damals schon vorhanden, aber der hatte noch keine Rewards. Und diese Rewards sind jetzt da und in diesem Video zeige ich entsprechend, wie man den Pool nutzt. Also dieser Pool bei Curve und das direkte Staking über Frax Finance überbieten sich durch einen spieltheoretischen Mechanismus gegenseitig in der APY. Das ist in dem Konzept so drin und es lohnt sich einfach, vor der Einlage mal nachzuschauen, wo es die höhere APY gibt. Entweder hier bei Frax Finance oder bei dem Curve Pool, um den es heute geht. Die APY bei Frax Finance, die findet man hier auf der Seite unter app.frax.finance. Link auch unten in der Videobeschreibung. Und hier gibt es diesen Teil Frax ETH und unter Frax ETH gibt es hier Stake, Unstake. Und da oben in der Mitte findet man die aktuelle APY, die liegt so bei 5 bis 7 Prozent, also 7 Prozent maximal. Und je mehr Leute jetzt in den Pool bei Curve gehen, desto mehr wird diese APY hier steigen und die APY bei dem Pool, bei Curve wird sinken. Und bei unserer Einlage heute werden wir einen kleinen Extraschritt machen. Wir werden nämlich nicht direkt bei Curve staken, sondern wir werden bei Convex staken. Convex ist quasi ein Curve Optimierer. Man bekommt hier wesentlich höhere APY als bei Curve. Und es geht hier um diesen Pool bei Convex und man sieht hier die aktuelle APY von bis zu 20 Prozent. Hier kann man also seinen Ether staken und bekommt Rewards in Form von einer gesunden und reichhaltigen Mischung aus Curve, Convex und Frax Shares Tokens. Diese Tokens sind alles in allem sehr, sehr nützlich und bieten einem jede Menge Gelegenheiten, weitere attraktive Rendite zu erzeugen, wenn man weiß, wo man sie einsetzen kann. Aber für den Moment ist es eigentlich auch ausreichend, die Tokens einfach zu verkaufen, zum Beispiel bei Uniswap. Soweit ich weiß, bieten auch diverse Börsen den Token an. Insofern wird es auch kein Problem sein, die Tokens in Real Yield, in echten Rendite, wie zum Beispiel US-Dollar basierte Stable Coins oder Ethereum zu tauschen. Wie kommt man da jetzt also rein? Dafür braucht man zunächst einfach nur eine bestimmte Menge an Ether, die man gerne staken möchte. Und bei 20 Prozent APY kann man sich leicht ausrechnen, ab wann sich das hier lohnt. Und aktuell liegen die Gasgebühren für eine Einlage hier bei insgesamt vielleicht 100 US-Dollar. Das heißt, man muss schon mindestens 500 US-Dollar einlegen. Besser noch eher so ab 5000 US-Dollar. Man kann das so ausrechnen. Also 5000 US-Dollar bringen bei 20 Prozent APY. 1000 US-Dollar Rendite im Jahr. Man bräuchte also etwas mehr als einen Monat, um die Gasgebühren wieder reinzuholen. Also mein Gefühl wäre, dass man mit 10.000 US-Dollar Einlage halbwegs auf der sicheren Seite ist. Nach dem aktuellen Stand wären das also 9 bis 10 Ether. Man kann es natürlich auch mal mit weniger probieren und muss dann einfach länger in dem Pool drin bleiben. Bei 10.000 US-Dollar Einlage wäre das nach aktuellem Stand ungefähr eine Mindesteinlagedauer von zwei Wochen. Der erste Schritt besteht jetzt darin, bei Curve die Ether einzulegen. Den richtigen Pool findet man am einfachsten, wenn man hier bei Curve auf die Seite geht und zwar auf die Seite mit den Pools. Dort gibt man dann im Suchfeld FRXETH ein und sobald der richtige Pool angezeigt wird, kann man den auch öffnen und unter Deposit seine Ether einlegen. Wichtig ist, nicht auf Stake oder Deposit und Stake gehen, weil das machen wir woanders, sondern nur auf Deposit und sonst klappt einfach der nächste Schritt bei Convex nicht. Die Ether liegen jetzt also in dem Pool bei Curve drin und das Staking, das erledigen wir jetzt bei Convex. Man könnte natürlich auch bei Curve selber das Staking vornehmen und die APY, die wäre dann aber deutlich geringer als bei Convex. Man sieht hier, dass die APY von circa 9% bis 21% geht, aber wir werden in der Regel nur die 9% bekommen. Die 21%, die gelten nur für Leute, die sehr, sehr viele Curve Tokens besitzen und die dann auch noch für insgesamt vier Jahre bei Curve staken. Convex hält dagegen auch eine ganze Menge Curve Tokens und ermöglicht es so an der geboosteten APY, dass man also in der geboosteten APY teilhaben kann, ganz ohne, dass man selber Curve Tokens besitzt. So, wir wechseln also jetzt zu Convex und bei Convex muss ich zunächst mal in den Frags Bereich rein. Das mache ich, indem ich hier neben dem Convex Schriftzug auf Frags klicke. Also ich klappe das hier auf, dieses Dropdown und wechsle hier auf Frags. Dann bin ich in dem Frags Bereich. Wir sprechen ja immerhin von Frags ETH. Wir sind hier also an der richtigen Stelle und dann gehe ich hier auf Stake Frags LP Tokens und suche hier den richtigen Pool raus. Der heißt FRXETH. Das ist also das, was ich hier in den Suchbegriff, in den Suchfeld eintragen muss. Dann bekomme ich hier den richtigen Pool angezeigt und diesen Pool, den Convex ETH Frags ETH Pool, den kann ich aufklappen. Indem ich hier auf diesen Pfeil klicke rechts und dann bin ich hier quasi an der Stelle, wo ich meine Tokens staken kann. Hier mit diesem Knopf erstellen wir also jetzt ein eigenes Vault, in das wir unsere Einlage staken. Und sobald man das Vault erstellt hat, kann man seine Einlage vornehmen und man kann entscheiden, wie lange man seine Einlage jetzt staken möchte. Man muss mindestens sieben Tage im Vault bleiben und je länger man sich von vornherein festlegt, desto höher ist die APY und man sieht zum Beispiel, dass eine Einlage für ein Jahr sehr viel mehr APY bringt als für nur sieben Tage. Aber ist das wirklich empfehlenswert? Was, wenn der Pool immer voller wird und sich das Ganze nicht mehr lohnt? Die APY ist auch für die Laufzeit nicht garantiert. Die kann durchaus runtergehen und man sieht auch, dass eine Einlage von 14 Tagen oder einem Monat kaum eine höhere APY bringt als jetzt für sieben Tage. Also für mich persönlich lohnt es sich am ehesten nur für sieben Tage zu staken, weil ich dann so flexibel bleibe und der APY-Boost, der lohnt sich nicht wirklich, finde ich. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Jedenfalls kann man auch länger in dem Vault drin bleiben, als man eingestellt hat. Das ist egal, die APY, die bleibt weiter bestehen. Leider ist die Einlage selber sehr, sehr teuer, was das Gas betrifft. Daher vorher die Überlegung, ab welcher Einlage das sich hier überhaupt lohnt, hatte ich ja eben gemacht. Aktuell sind 10 Ether so ungefähr das Maß der Dinge und wenn die APY weiter sinkt, könnte das aber auch mehr werden, sodass sich die Einlage mit nur 10 Ether mit der Zeit immer weniger lohnen könnte. Oder die Gasgebühren gehen runter und dann sinkt natürlich auch die Zahl der Ether, die man einlegen muss, damit sich das Ganze lohnt, weiter. Je nachdem, wie das Ganze läuft. Aber es ist doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Gasgebühren eher steigen werden, als dass sie noch niedriger werden. Denn zurzeit sind die Gasgebühren einfach sehr, sehr niedrig. Also das Ganze ist ein bisschen teuer, hier an der Stelle in den Pool reinzukommen. Mit dem Knopf Add Liquidity hier kann man dann später seine Einlage auch anpassen. Und dabei bleibt die Einlagedauer gleich. Und alternativ kann man auch ein neues Vault hier unten erstellen, wenn man also eine abweichende Einlagedauer möchte. Das gilt aber nur für die neue Einlage. Bei der alten lässt sich die Dauer nachträglich nicht mehr ändern. Nach einer Weile sammeln sich dann hier nach und nach Rewards an und unter Claim kann man die Rewards dann abholen. Wenn die gesamte Einlagedauer abgelaufen ist, dann kann man seinen Ether auch wieder zurückholen, muss man aber nicht. Man kann auch drinbleiben und bekommt dann auch weiter die Rewards. Nur ab dem Moment kann man also jederzeit wieder raus aus der Einlage, aus dem Staking. Und wenn man dann raus will, dann muss man zunächst mal hier bei Convex unstaken. Dann taucht hier also irgendwo ein Unstake oder ein Withdrawal Knopf auf. Den sieht man hier jetzt nicht, weil ich hier quasi noch in dieser Mindesteinlagedauer drin bin. Und mit diesem Knopf kann man dann also aus diesem Staking raus. Aber anschließend muss man dann noch bei Curve seine Ether aus dem Pool rausholen. Also erst unstaken bei Convex, dann bei Curve seine Ether rausholen. Hier muss man dann wieder den Pool raussuchen, wie bekannt, und dann auf Withdraw klicken. Und hier kann man jetzt entscheiden, welchen Token man aus dem Pool haben möchte. Man kann entweder Ether haben, Frax Ether oder auch eine Mischung aus beiden Tokens. Am einfachsten ist es natürlich, sich Ether auszahlen zu lassen. Aber möglicherweise bekommt man einen Abzug, wenn man das hier macht. Das findet man dann hier in dem Punkt unter Slippage. Das liegt einfach daran, dass der Pool eventuell zu viel von einem der beiden Tokens hat und dafür von dem anderen zu wenig. Wenn also zu wenig Ether in dem Pool drin ist, dann wird quasi, wird man eine Strafe zahlen müssen, wenn man noch zusätzlich Ether rausnimmt und den Bestand noch weiter reduziert. Entweder man nimmt das in Kauf oder man schaut ab und zu später vorbei und wartet, bis sich die Slippage hier reduziert hat. Slippage im Zehntelprozentbereich ist eigentlich meistens okay, weil man das durch den Yield wieder rausholt. Aber höhere Slippage von 5 oder 10 Prozent, dann würde ich natürlich aufpassen, weil wenn man hier 20 Prozent APY macht, dann kann man hier keine Slippage von 10 Prozent in Kauf nehmen. So, und das war es auch schon mit meinem Tutorial über das Ether-Staking bei Frex und bei Convex. Und klar gibt es da noch einiges mehr zu beachten, insbesondere bei der Pool-Einlage bei Curve. Da kann man noch einiges optimieren. Man verliert da schon mal das ein oder andere Zehntelprozent oder so an Wert, wenn man da reingeht. Eigentlich nicht besonders schlimm, je nachdem, wie hoch die APY ist. Ich habe dazu aber einfach mal einen Flowchart erstellt und der zeigt, wie man am besten in die Staking reinkommt. Da gibt es also verschiedene alternative Wege, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Und das wäre meiner Meinung nach eher sowas für so ein Pro-Guide sozusagen. Und ich weiß halt eigentlich nicht, wie spannend das für euch ist. Dafür müsste ich dann auch ganz tief in die DeFi-Trickkiste greifen. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also immerhin wäre das ja schon das dritte Video zu Frex ETH. Und ich habe eigentlich noch einige andere Themen für euch parat. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Die nächsten Tage kommen noch ein paar spannende DeFi-Themen raus aus dem Trübsal rund um FTX. Echte Rendite gibt es nur auf dezentralen Plattformen. Alles Gute und viel Spaß beim APY-Absahnen. Euer Nett.